Die Geräusche sind lautendeuglich. Das klingt, als würden die hier irgendwas abmontieren. Vielleicht mal mitnehmen und lauten wollen. Eigentlich wollte ich jetzt ganz normal starten, aber ich habe gerade mitbekommen, dass oben einer ist. Tatsächlich ist das ein Miss Places und ich bin im Flohzirkus. Aber ich weiß nicht, wer sie da oben befindet. Und ich hoffe, ich kriege hier noch ein paar Aufnahmen hin und die Hauen ab. Solange es für dich ist, ist immer ein bisschen warten. Bis gleich. Das wäre aber mega cool. Die sind gerade über mir. Die Adresse wollen mal Insider tippen. Und oben wird hier weiter gegeben. Und jetzt entwickelt sich das immer mehr und mehr zum Mainscreen. Deswegen, Leute, was drauf mit wem und was ertauscht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na ja, man kann sehen, dass es auch ein Hundeliebhaber ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein alter Mann gewesen ist, der Herr Hoster. Da sieht man so ein bisschen aus wie Blut. Oh, das ist ein Forscher, ein Biologen. Das ist interessant. Patron. Das könnte auch ein Jäger gewesen sein. Also von der gesamten Geschichte. Ich finde hier Patron. Ich finde seinen alten Hund, den er ausgestoppt, na ja, wieder dahingestellt hat. Ich finde Substanz und ich finde Blut. Also ich neige wirklich dazu. Also mein ursprünglicher Gedanke war, es könnte ein Jäger gewesen sein von Beruf heraus. Aber vielleicht. Als Hobby kann man das ja nicht betreiben, oder? Was ist das? Natrium. Ach, VB. Zu alt. Ja. Ähm, nicht wundern. Es ist ein kleiner Nachttag. Ich bin immer noch im Haus vom Flurzirkus. Und ich sehe gerade, das sind die Grabsteine für so zwei Hunde, die er da hat. Ja. Aber so. Jetzt mache ich mich wirklich auf. Bye, bye. 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 Bye.